hey leute willkommen zu meinem video ja ich bin immer noch erkältet wie ihr schon an meiner stimme hört ja leute ich habe natürlich alle eure kommentare im letzten video durchgelesen habe ich auch geherzt leute ich fand einfach selbst wenn ich weiß nicht mal genau wie der heiße ist gestern abend schon gewesen ich habe sehr schnell geschlafen leute auf jeden fall ich weiß nicht mehr genau wie der heißt aber hätte einfach komplett in den kommentaren übertrieben leute habe ich noch nie kommentare gelesen ich bin jetzt erstmal ein anderes dorf angreifen so ich muss mich kurz anders hinsetzen mal gucken welchen gegner bekommen ja leute es ist einfach unfassbar ich bekomme schon solche gegner leute auch wenn sie super für gold und elixier haben trotzdem ist es super schwer aber ich versuche welche sinken und also anzugreifen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 heute gewonnen habe ich schon mal diese das so leute fast hatte ich vergessen wir stehen kurz vor dem 340 abonnenten also wenn ihr das video gucken und nicht abonniert habe dann auch mal auf abonnieren auf jeden fall freuen wenn das tut und ein like auch da lässt leute eigentlich sollte ja heute in minecraft video hochladen sollte heute minecraft video hochladen wo ich etwas über neue mobs also zeige aber so im grund habe ich jetzt auf kleines angeklickt also leute wie gesagt wenn ihr in den kleinen von mir wollt ganz groß und dann greifen das könnte schwierig werden ob er gut geholt leute leute werden auch teilweise richtig heftige kranke leute also nicht krank aber richtig aufgebaut wo aufgebaute leute ich einfach vorgeschlagen und klatsch aufklären leute 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 Immer wenn ihr mir Kommentare schreibt und es abends ist, also Nachtzeit und jeder schlaft oder schlafen geht oder sowas, dann lese ich mir erstmal die Kommentare durch, die ihr mir geschickt habt, also geschrieben habt. Dann suche ich mir immer auch ein paar Leute raus, die ich mal, vielleicht mal unten im normalen Video oder sowas. Ähm, ja, äh, Sarge oder sowas, also, dass ihr eher die mal abonnieren sollt oder sowas, also, irgendwie sowas halt. Leute, ich mag dieses Gebiet hier hinten eh nicht, aber ich form mich immer ein bisschen. Leute, wann kann ich das hier aufleveln? Ich hab extra das Ding hier auflevelt. Das wollte ich auch noch aufleveln. Höh, Leute, über 80, ich hab 275. Das finde ich doch zwei bekommen, die Kapazität ist doch mehr, Produktion pro Tag mehr, auch mehr Traffer. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie man, also, oder mehr braucht es eine Schöpfung mit dir. Einfach so. Au, ähm, das war jetzt nicht ganz durchdacht, bitte. Da sehen wir einen Baum und einen kleinen Fetten und ein Mädchen, was gerade im Nebenbaum schläft. Oh, leck. Kleiner Baum, großer Baum. Ja, jetzt kann ich das ja auch auflageln. Kann ich das hier beschleunigen? Oh, Stufe 3 ist das jetzt, Leute. Darf ich das auch auflageln? Dann bekomme ich mehr Gold. Aber eigentlich brauche ich auch nur Elixir. 3, 3, 5. Warte, wo ist noch eins? Bin ich blind oder habe ich keine mehr? 4, 3, 3, 5. Mach ich auch mal 4. Kann ja nie schaden. Ich dachte gerade schon irgendwie, dass ich dann die Burg oder den Clan lösche. So, habe ich euch kurz gestoppt. Ähm, Leute. Wenn ihr eine Ahnung habt, was tatsächlich alles ist, schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Du musst Rat, hast du für 6 sein. Ich habe meins 5. Geil. Ja, Leute. Zehn Minuten ist das Video schon. Viel zu lange eigentlich. Auf jeden Fall. Eigentlich wird hier heute Minecraft hochladen über den Fuchs, der jetzt im Spiel ist. Aber was er so kann und was man mit Lagerfeuer machen kann. Sowas aber. Das mache ich gleich. Also, Leute. Es kommen heute zwei Videos. Und dann, ja. Bis gleich, Leute. Bis dann heute.